Weil er gedacht hat, das ist das Gericht. Aber die anderen Sahaber haben das nicht gemacht. Er ist dann nachher am Ende seines Lebens blind geworden. Das ist sein Ich, die Herd, sein Verständnis. Manche Gelehrte sagen, dass Ibn Omar die Hand genommen hat. Guck mal jetzt, guck mal jetzt das Verständnis. Dass er die Hand genommen hat vom Bad, das ist sein Ich, die Herd. Seht ihr, ich nehme auch die Hand. Aber diese Sache, da sagt zum Beispiel Sheikh Albani, Rahimullah. Er sagt, Ibn Omar ist auch derjenige, der den Hadith über das Bad wachsen, einen Hadith darüber überliefert. Und derjenige, der den Hadith überliefert, der weiß am besten das Verständnis von diesem Hadith, was damit gemeint ist. Und das zeigt, dass der Prophet wahrscheinlich auch vom Bad genommen hat. Es wird von zehn anderen Sahabis überliefert, dass sie vom Bad genommen haben. Von zehn anderen, sagt Sheikh Albani, wird es überliefert. Von zehn Sahabern insgesamt wird überliefert, oder von zehn anderen, dass sie vom Bad genommen haben. Andere sagen, es wird vom Propheten nicht überliefert. Aber hier sagt er, dass Ibn Omar das gemacht hat. Und er hat auch den Hadith überliefert, der die Badverpflichtung überliefert, zeigt, dass der Prophet Allah auch vom Bad genommen hat. Aber wie gesagt, diese Beweisführung ist eine große Meinungsverschiedenheit. Ich denke, dass die stärkste Meinung ist, dass man vom Bad eine Hand nehmen darf, aber dass man auch länger wachsen lassen kann. Das ist also, Inshallah, die stärkste Meinung. Wie gesagt, das soll auch kein Grund sein, unter den Jugendlichen oder unter den auch Gelehrten sich darüber zu streiten. Weil das sind wirklich Ikhtilaf Mu'tabara. Das ist ein Ikhtilaf Mu'tabara. Das ist ein akzeptabler Ikhtilaf. Dann, wenn die Sahaba unterschiedliche Meinungen sind. Der eine Sahabi sagt so, der andere so. Ist dann die Aussage von einem Sahabi ein Hujjah, ein Beweis? Nein. Okay. Sieh, das hat man jetzt schon verstanden, weil sonst wäre man vielleicht verwirrt gewesen. Der eine Sahabi sagt so, der andere so. Wir müssen, eins müssen wir ganz klar verstehen. Sahaba sind Menschen, die Fehler machen können. Die haben die größte Hult bei Allah, weil Allah sagt es im Koran. Aber der sagt nicht im Koran, die sind fehlerfrei. Das muss man merken. Wir wissen aus der Sunna, dass es Leute gab, die Sünden gemacht haben. Große Sünden. Sinna. Wer ist ein Sahabi? In der Terminu Ligi der Muhadithun. Ist jemand, der den Propheten in Lebzeiten gesehen hat? Punkt eins. An ihn geglaubt hat? Punkt zwei. Und mit Iman gestorben ist. Und mit seinem Iman gestorben ist. Und als Gläubiger gestorben ist. Was ist jetzt mit jemandem, der vom Islam abgefallen ist und dann wieder zum Islam zurückgekehrt ist? Gibt es unterschiedliche Meinungen. Weil Allah sagt an einer Stelle, Also wenn du Schirk gemacht hast, werden deine Taten kaputt gegangen. Deswegen sagen die, wenn er zur Zeit, wo der Prophet gestorben ist, vom Islam abgefallen ist, danach wieder zum Islam gekommen ist, dann ist er kein Sahabi, sagen manche Gelehrten. Aber wie gesagt, das ist nicht das Problem. Fakt ist, die Sahaba haben die höchste Stellung. Warum? Weil sie die Religion von Null nach oben gebracht haben. Aber keiner sagt, dass sie fehlerfrei sind. Und ihr müsst mir wissen, wenn ihr mit Schiiten diskutiert, wisst ihr, was die machen? Die kommen jetzt zum Beispiel mit Hadithen, wo die Sahaba Fehler gemacht haben. Sagt, guck mal hier, guck mal hier. Da, guck mal, der hat einen Fehler gemacht. Da, guck mal. Und der Muslim, der kein Wissen hat von seiner Religion, glaubt mir, so viele jugendliche Muslime sind dadurch total durcheinander gekommen, weil der das gebracht hat. Warum? Weil, es wird immer von einigen Gruppen, von einigen Predigern so dargestellt, als wenn die Sahaba keine Fehler machen können. Doch. Doch. Die können Sünden machen. Aber wir sagen, sie sind trotzdem die Besten, weil Allah hat sie auserwählt, dass sie den Propheten begleiten und der Islam ist durch sie nach oben gekommen und Allah bezeugt im Koran, dass sie die Besten sind, sozusagen. Und der Prophet bezeugt das in der Sunna. Das ist der Punkt. In vielen Hadithen, da können wir später noch drauf eingehen. Aber, nicht wenn irgendjemand kommt, hier, guck mal, guck mal, was der gemacht hat. Viele Sachen davon sind Lügen und einige Sachen, wo sie vielleicht Fehler gemacht haben, wird das ein bisschen umgedreht und dramatisiert. Aber im Endeffekt, ihr müsst immer eins im Bewusstsein, die können Fehler machen, sind Menschen. Wenn einer mit euch auf diese Art und Weise diskutiert. Jetzt. Einige Gelehrte nehmen noch etwas anderes. Wir haben jetzt insgesamt sieben Kategorien gehabt von Aussagen von Sahaba. Wir haben gesagt, erstens, wenn der Sahabe etwas sagt, das verbreitet sich und keiner hat eine andere Meinung. Eigentlich haben wir sogar eine andere. Das ist Ishma Sukuti. Dann gibt es auch den Ishma, der nicht Sukut ist, wo die sagen, das ist Ishma der Sahaba. Dann zweitens, wenn es sich nicht verbreitet, aber es gibt keinen, der dagegen spricht. Das ist eigentlich kein wirklicher Beweis. Dann dritte, die Leute, die gesagt haben, Abu Bakr und Omar, wenn die einen Konsens haben. Aber da haben wir gesagt, das ist falsch. Drittens, Khulafa Rashidun, die vier Khalifah, die vier Khalifah, dann sagen wir, das ist eine Hujja, inshallah. Dann, wenn er etwas Hukum rafft hat, wenn er Sahabe etwas erzählt, was unmöglich von ihm sein kann, zum Beispiel etwas, was im Akhirat passiert, zum Beispiel Ibn Abbas, der sagt, Es gibt nichts im Diesseits, was dem, was im Jenseits ist, ähnelt, außer die Namen. Der redet über Sachen, die im Verborgenen sind, Ibn Abbas hat nicht das Recht, über Sachen zu reden, die im Verborgenen sind. Er sagt aber nicht, dass der Prophet, a.s.w. das gesagt hat, aber er muss das irgendwie vom Propheten, a.s.w. vermittelt bekommen haben. Okay, das wäre zum Beispiel Hukum raf. So, jetzt. Weiter. So, jetzt kommt, dann kam der Ich, die Herr der Sahabe, haben wir gesagt, das ist keine Hujja. Dann, wenn die Sahabe unterschiedlicher Meinung sind, haben wir gesagt, das ist auch kein Beweis. Dann, wenn man kein Urteil findet, manche Gelehrte haben gesagt, wenn man zum Beispiel kein Urteil findet, man versucht ein Ich, die Herr zu machen, man weiß jetzt zum Beispiel nicht, ja, wie mache ich das jetzt bei der Umrah? Mache ich dieses oder jenes? Sage ich zum Beispiel das oder sage ich das nicht? Man findet kein Urteil für seine Sache. Dann sagen manche Gelehrte, dann nehmen sie den Kaul von Sahabi, am liebsten. Weil sie haben ja sonst keine Möglichkeit. Sie haben weder ein Koranfest, noch eine Sunnah, noch ein Kies, noch eine, so, dann sagen sie, wir nehmen die Aussage vom Sahabi. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das, was das Sahabi hat, richtig ist, weil die groß ist. Weil sie erstens die waren, die die arabische Sprache am besten verstanden haben, weil sie zu der Zeit gelebt haben. Und weil sie vielleicht, weil die Möglichkeit besteht, dass sie irgendetwas vom Propheten, a.s.w. gesehen haben. Dann gibt es noch solche Beispiele. Zum Beispiel, ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele. Ibn Omar wird überliefert, dass er zuerst auf die Hände gegangen ist, wenn er Sujud gemacht hat. Wird dem Bukhari überliefert, von Ibn Omar. Von Ibn Mas'ud wird überliefert, dass er zuerst auf die Knie gegangen ist. Ist das eine Hujja? Weder das eine ist eine Hujja, ein Beweis, noch das andere ist ein klarer Beweis. Dann wird überliefert, dass Ibn Omar den Bart genommen hat, beispielsweise. Jetzt kommen wir zu einer anderen Sache. Geneser. Heben wir die Hände hoch oder nicht? Es wird vom Propheten nicht überliefert, a.s.w. dass er die Hände gehoben hat. Wird von ihm nicht überliefert. Aber es wird auch nicht überliefert, er hat die Hände nicht gehoben. Weder das eine oder das andere. So. Von Ibn Omar wird überliefert, dass er die Hände gehoben hat. Also mir ist zumindest nicht bekannt, dass überliefert wird, er hat die Hände gehalten und nicht gehoben bei Takbir, ja. Man macht ja viermal Takbir und wird nicht überliefert. So, Ibn Omar hat die Hände gehoben. Hier, das wäre dann beispielsweise die achte Kategorie, wo man dann in eine Entscheidungsfindung zu der Aussage von einem Sahabi geht, weil die wahrscheinlich recht groß ist, gerade bei Ibn Omar. Bei Ibn Omar war jemand gewesen, der den Propheten in allem imitiert hat. Das heißt, wenn der Prophet sich so hingestellt hat, an einer Stelle hat er sich so hingestellt. Wenn der Prophet irgendwo auf die Toilette gegangen ist, ist er auch dort auf die Toilette gegangen. Das haben andere Sahabis, Gefährten des Propheten, wie Abu Bakr nicht gemacht. Ja, das als Beispiel. Dann haben wir gesagt, auch das mit den Augenwaschen. So. Jetzt ist die Flüge, das war jetzt erstmal wirklich auch, dass wir über diese Regeln im Fick reden. Das heißt, wenn ihr etwas von hört, Sahabi, dies und das hat das gesagt. Das ist für uns erstmal eine respektierte Sache. Eine respektierte Sache. Aber nicht eine Hujja in dem Sinne, dass wir sofort sagen, ah super, der hat das gesagt, das nehmen wir jetzt. Oder dass wir es einem Koranfest oder einer Sunna des Propheten, a.s. bevorzugen. Ist das alles angekommen? Okay. Jetzt fragen wir, wie oft ist die Hatschpflicht? Wie oft ist die Hatschpflicht? Da wird in Tirmithi überliefert, dass ein Sahabi den Propheten gefragt hat, ist die Hatschpflicht in jedem Jahr? Muss man jeden Jahr Hatsch machen? Da sagt der Prophet, a.s. Laukultu ha ala wajabat. Hätte ich das gesagt, wäre sie zur Pflicht geworden. Und da sagt er, Al-Hajju marraten. Die Hatsch ist einmal. Marraten. Ja. Faman zada fahur te tawu. Faman zada fahur te tawu. Das heißt, die Hatsch ist einmal und wer mehr macht, das ist für ihn dann eine freiwillige Tat. Okay. Jetzt weiter im Text. Dann fragen wir die Hatsch. Allah sagt im Koran, sagt er, wa li lai ala al nasi hijjul bayti man ist da ta'a ilay sabila. Für die Menschen, für Allah liegt es den Menschen, die Hatsch zu machen, wer einen Weg dazu findet. Man ist da ta'a ilay sabila. Wer also kann, wer einen Weg dazu findet, also wer die Möglichkeit hat, ist da ta'a. Ist da ta'a ilay sabila. Ist da ta'a, ja. Wer die Möglichkeit hat, wer die Fähigkeit hat. Okay. Was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, sobald ich diese Fähigkeit habe, muss ich das machen, ist wieder eine Meinungsverschiedenheit. Was sagen wir bei einer Meinungsverschiedenheit? Bei einer Meinungsverschiedenheit sagen wir, wir gehen zurück zu Koran und Zungen anschauen. Erstens. Eine Regel ist, ein Befehl ist erstmal sofort auszuführen, es sei denn, es gibt einen Beweis dafür, dass man ihn verschieben kann. Es sei denn, es gibt einen Beweis dafür, dass man ihn verschieben kann. Das ist von der Logik schwer. Wenn der Prophet sagt, geh mal was zu trinken holen, dann weißt du, du musst das jetzt holen. Es sei denn, er sagt dir, geh mal morgen was zu trinken holen. Oder, du kannst mir bitte was zu trinken holen, wenn nicht, kannst du es auch sein lassen. Verstehst du? Das heißt, das ist erstmal die Grundlage von der Sprache, von der Logik, wenn ein Befehl gibt, dann ist es Pflicht und zwar sofort. Das heißt, sobald du die Fähigkeit hast, musst du die Hatsch machen. Und es gibt schwache Hadithe, die sagen, von Ali, radiallahu anhu, men kadhral al-hajji fatarakahu falaysa alayhi an yamuta yahudiyin und nasraniyin. Wer die Hatsch lässt und hat die Möglichkeit zu, der kann auch als Jude oder Christ sterben. Sinngemäß. Aber es sind, wie gesagt, also umstrittene Aussagen, aber wie gesagt, die untermauern das nochmal. Jetzt, das ist der allgemeine, allgemeine Beweis. Jetzt kommen die anderen, die Shafiiten, die Shafiiten sagen, nein, die Hatsch muss nicht sofort durchgeführt werden, sondern man kann die auch später machen. Ich kann zum Beispiel jetzt, du könntest zum Beispiel jetzt sagen, ja, okay, ich mache keine Hatsch, ich mache die Hatsch jetzt in 10 Jahren. Oder wenn ich 50 Jahre alt bin. Aber hier sagen wir natürlich erstmal, wer garantiert überhaupt, dass du die Möglichkeit hast, 50 Jahre alt zu werden? Punkt 1. Punkt 2 ist, wie beweisen die das jetzt? Die sagen, der Prophet hat die Hatsch gemacht, in welchem Jahr? Im Jahr 10. Im Jahr 10 nach Hijra hat der Prophet, a.s. Wie bitte? Im Jahr 10 nach Hijra hat der Prophet, a.s. die Hatsch gemacht. So. Und die sagen, die Pflicht für die Hatsch ist im Jahr 6 gekommen. Im Jahr 6 kam der Fähre, wa timmul hajja wal umrat alillah. Vervolschern die Hatsch und die Umrah für Allah. Das heißt, das war die Pflicht, aber erst im 10. Jahr hat er Hajj al-Umrah gemacht. Aber was haben wir eben gesagt über diesen Atimul hajj al-Umrah talillah? Das ist nicht die Verpflichtung. Die Verpflichtung ist, wa lilai ala nasi ajjul betti. Und da sagt man, dass er im 8. oder 9. Jahr gekommen ist, oder dass er es im 9. Jahr gekommen ist, ja, und dass er es dann danach im Jahr gemacht hat. Und dass er es eventuell nicht im 9. Jahr gemacht hat, weil vielleicht etwas dazwischen gekommen ist, dass er es nicht schaffen konnte. Das heißt, in dieser Sache die sicherste Meinung ist, wenn man kann, macht man Hatsch. Und das ist die gottesfürchtigste Meinung. Und immer in solchen Sachen, wo es eine Meinungsverschiedenheit gibt, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, nimmt man immer die sicherere Meinung. Wo man auf der sicheren Seite ist, es sei denn, das ist mit Maschakra verbunden, mit einer großen Schwierigkeit, ja, oder mit Wes, Wes. Ansonsten, von vornherein sagst du sofort, mach ich lieber das sichere. Denn der Prophet a.s.w. sagt was? Lass das, was in dir Zweifel weg, für das, was in dir keinen Zweifel weg. Okay. Wenn du die Hatsch machst, sofort, hast du auf gar keinen Fall einen Fehler gemacht. Alhamdulillah. Okay. Dann muss ich auf etwas aufmerksam machen. Es gibt so ein Gerücht, das überall gemacht wird, das überall gebracht wird, wenn man Hatsch gemacht hätte, dann darf man keine Sünde mehr machen. Deswegen gibt es manche Leute, die verschieben die Hatsch, die sagen, nein, nein, lieber jetzt noch nicht. Hast du jetzt schon Hatsch gemacht? Du bist doch erst 20 Jahre alt. Du bist doch erst 22. Stell dir mal vor, alle Sünden, die du jetzt machst, die zählen doppelt. Das ist totaler Quatsch. Erstmal, du machst keine Hatsch, damit du Sünden machst und du machst Hatsch, damit du deine spirituelle Ebene erhöhst und dich von Sünden fernhältst, damit du deine Seele reinigst. So. Und Fehler macht jeder. Fehler macht jeder. Das heißt, wann willst du denn die Hatsch machen? Dann kurz bevor du tot umfällst, oder wie? Das heißt, das ist totaler Quatsch. Das ist ein Bittenmärchen. Das habt ihr bestimmt, hat bestimmt schon jemand von euch gehört, oder? Wer hat das gehört von euch? Der sieht nicht, boah, guck, fast jeder. Das wird überall erzählt, wenn du Hatsch gemacht hast, dann darfst du keine Sünde machen. Du darfst sowieso keine Sünde machen. Aber der Mensch macht Fehler. Der Mensch macht Fehler. Aber die Hatsch ist ja dazu da, dass du dich verbesserst. Und wann willst du dich verbessern, wenn du die Hatsch nicht machst? Wie willst du dich verbessern und wann willst du dich verbessern? Okay. Es gibt in der Scharia verschiedene Bedingungen. Erstmal, Bedingungen für die Pflicht. Die Bedingung für die Pflicht ist bei der Hatsch und bei der Umrah fünf Dinge. Bedingung Nummer eins, dass du Muslim bist. Die Hatsch kann nur für einen Muslim Pflicht sein, für den Käfig ist, die Hatsch keine Pflicht. Der kann ja gar nicht nach Meckar rein. Das sagt Allah im Koran. Ja? So, dann zweite Bedingung, dass du Akkel hast, dass du Verstand hast. Denn der Prophet a.s. sagt, dass der Verrückte, dass der Kalam, der Stift von ihm hochgehoben ist. Das heißt, es ist keine Pflicht für den, der verrückt ist. Dann die dritte Sache, dass du Bulur erreichst. Dass der Prophet sagt, der Stift, der die guten und schlechten Taten aufschreibt, der ist hochgehoben von wem? Von dem Kind bis er erwachsen wird. Bulur. Erwachsenheit. Entweder mit Eintritt der Pubertät oder wenn er mindestens 15 Jahre alt ist. Selbst wenn er da noch nicht beispielsweise Samenberguss hat, ist er trotzdem in Bulur reingekommen. Ja. Ja. Sodan. Das war die dritte Sache. Die vierte Sache ist was? Huria. Heutzutage, guck mal, die haben alles, dass man kein Sklave ist. Weil früher gab es Länder, die zum Islam kommen, weil die jetzt noch Sklaven hatten. Und fünfte Sache, was war das? Welche war das? Die fünfte Bedingung. Welche jetzt von euch hören? Fünfte Bedingung. Haben wir die ganze Zeit von geredet. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, dass du kannst. Erstens, drei Sachen sind das. Ist das da? Was? Welche drei Sachen sind das? Erstens? Genau. Zweitens? Ja, nicht keine Schulden hast, sondern Geld. Also Schulden hast, gehört mit zu dem, dass du finanzielle Möglichkeiten hast. Es kann ja sein, dass du keine Schulden hast, aber du hast kein Geld. Kann ja sein, du bist ein bisschen arm wie eine Kirche, aber du hast keine Schulden. Und wenn du Schulden hast und bist reich, dann sollst du erst die Schulden bezahlen. Es ist immer noch keine Pflicht für dich. Das wäre das. Dann, dass der Weg sicher ist und für die Frau gibt es noch eine andere Bedingung. Dass sie mit einem Mahram reist. Denn der Prophet a.s. sagt, لا تصافر المرأة تُقْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْأَخِرِ مَصِيرَ تِنْ يَوْمِ وَلَيْلَ إِلَّا مَا ذِي مَحْرَم Eine Frau, die an Allah den jüngsten Tag glaubt, die soll keine Reise machen von einem Tag in einer Nacht außer mit einem Mahram. Z.B. Vater, z.B. Bruder. Kommen wir nachher drauf, inshallah. Auf jeden Fall. So, jetzt. Das ist die Bedingung. So, das sind erstmal die Bedingungen. Jetzt ist die Tag, haben wir gerade schon gesagt. So, erstmal die Gesundheit. Was heißt jetzt Gesundheit? Heißt das jetzt, wenn er einen Pickel auf der Nase hat, dann muss er keine Hatsch machen? Nee. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das können Sie nicht. Na, heißt das, wenn er einen Pickel auf der Nase hat, nicht? Nein, sondern etwas, was ihm die Reisezeugen erschwert oder wodurch er die Reise nicht machen kann. Beispielsweise. Dann ist es nicht für ihn zur Pflicht. Die nächste Sache ist, so, das Geld, haben wir gesagt, was? Hinreise, dass dort bleiben, Rückreise und dass er in dieser Zeit die Familie versorgen kann und dass er keine Schulden hat. Was ist der Beweis dafür, dass er sich auch um die Familie kümmern muss in der Zeit? Der Prophet, a.s.w. sagt, kefabil mar'i ifmen an yadi'a man yakut. Es ist eine Sünde für den Menschen, es reicht für ihn an Sünde, dass er diejenigen vernachlässigt, die er versorgen muss. Zum Beispiel mit Essen und so weiter. Das heißt, es ist eine Sünde, der Hadith wird überliefert in, ich habe jetzt, von Abu Dawud. Okay. Dann, dass der Weg sicher ist. Viertens, dass die Frau einen Mahram hat. Haben wir gesagt. Was ist der Beweis dafür? Wir haben diesen Hadith eben genannt. Der sagt, die Frau darf nicht reisen ohne Mahram. Es gibt aber unterschiedliche Meinungen in dieser Sache. Unterschiedliche Meinungen. Guck mal. Es gibt mal einen anderen Hadith, wo ein Mensch zum Dschihad ziehen will und seine Frau geht zur Umrah und der Prophet, a.s.w. sagt zu ihm, mache mit deiner Frau zur Hatsch geht. Die mache mit deiner Frau Hatsch. Jetzt sagen wir, ist dies ein klarer Beweis? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, weil er hat nicht gesagt, oh, das ist Haram. Du lässt die Frau, du darfst die Frau nicht alleine zur Hatsch gehen lassen. Er sagt, nur geh mit ihr. Mach mit ihr. Das ist eigentlich kein klarer Beweis. Der klare Beweis wäre, sie darf nicht reisen. Jetzt kommen aber Gelehrte, die sagen, man kann das schon machen. Warum? Weil einiges zu haben und darunter auch Abu Bakr und Oma, die haben beispielsweise, Oman Uthman meine ich, die haben die Frauen des Propheten zur Hatsch reisen lassen mit Abdurrahman ibn Auf und Oman Uthman und haben die beschützt. Warum? Warum? Weil die haben und deswegen ist es wirklich eine starke Meinungsverschiedenheit und die Shafaiten sagen, die kann zum Beispiel in einer Gruppe von Frauen, wenn der Weg sicher ist und sowas, ja. Weil die haben gesagt, der Ella hier oder die Sache, worum es geht ist, worum die Frau nicht reisen darf, ist wegen der Sicherheit des Weges, weil die Frau beschützt werden muss. Weil die Frau beschützt werden muss und die haben gesagt, wenn die halt in einer Gruppe reisen, die mit Frauen ist oder in einer Gruppe reisen, wo solche Männer sind, die darauf aufpassen, die Rechtschaffung sind, wie in diesem Fall, dann kann das so sein. Aber erstens, ist das ein Beweis jetzt, ein klarer Beweis? Nein. Weil es kein Ijma aufs Sahaba. Wenn Abu Bakr, wenn Omar und Usman etwas gesagt haben, ist was? Ist kein Ijma unter den Sahabern. Das heißt, wir haben keinen Beweis darunter, ja. So. Und es haben andere dagegen gesprochen. Ja. Deswegen ist es kein Beweis. Aber es ist zumindest eine Sache, über die man nachdenken muss, dass vielleicht dieser Hadith so zu verstehen ist. Ja. Und die Gelehrten sagen, also Jumhur, die meisten Gelehrten, wenn die Frau, also eine junge Frau ist, ja, schön ist zu sagen, die meisten Haram. Und wenn die eine ältere Frau ist, dann erlauben es manche. Das nur dazu. Was sagen wir jetzt in der Sache? Wir sagen, eins ist ganz klar, es ist für sie keine Pflicht. Die Frage ist, ob sie es machen darf. Die Frage ist, ob sie es machen darf. Und hier gibt es eine Sache, die man beachten kann. Jetzt kommen wir zum nächsten Schart. Wir haben gesagt, Schartus Wujub. Jetzt gibt es noch Schartul Ijzah. Das heißt, Ijzah heißt, ist diese Hadj gültig im Sinne von, dass du nicht nochmal ein Neu Hadj machen musst. So sagen die Gelehrten, so sagen die Gelehrten, die sagen, es ist Haram für die Frau zu reisen, ohne Mahram. Die sagen aber, selbst wenn sie die Hadj gemacht hat, auf diese Art und Weise, dann hat sie ihre Pflicht erfüllt, sie muss die Hadj nicht nochmal machen. Die sagen also, die Hadj ist gültig. Es ist also keine Schart für Ijzah, Das ist gültig. Jetzt, wenn der Junge, weil es gibt Schart, wir kommen jetzt nochmal darauf zurück. Erstmal, ich gehe nochmal zurück zum Mahram. Der Mahram, der muss drei Bedingungen erfüllen. Erstens, der muss Muslim sein. Wenn die Frau weiß, weil sie Islam an nimmt, der Vater ist kein Muslim, dann kann sie nicht mit ihm reisen. also nicht mit ihm, nicht mit ihm zur Hadj schreien. Geht ja sowieso nicht, wie will der, der kommt ja sowieso nicht nach Mecker rein. Aber man sagt beispielsweise, wenn der Vater, ja, der ist Muslim, der ist nicht Muslim, aber der ist zu vertrauenssuchen, der beschützt die Frau und so, dann kann sie mit ihm zum Beispiel hier in Deutschland und so weiter hin und her reisen. Zweite Sache ist, der muss Akkel haben. Der muss also bei Verstand sein. Aber stell dir vor, der ist der Mahram von der Frau, aber der ist geistig gestört. Kann ja sein, dass er der Vater ist, aber der ist verrückt geworden. Dann taugt er nicht, Mahram zu sein, logischerweise. Und er muss erwachsen sein. Wenn ich zum Beispiel den kleinen Bruder nimmt, der fünf Jahre alt ist, das bringt auch nichts. Ist zwar mit dir Blutsfrauen, aber ist kein Mahram. So, jetzt, nehmen wir mal an, jetzt kommen wir zu der nächsten Beginnung, Bedingung. Wir stellen jetzt mal Fragen zur Bedingung. Was ist jetzt, wenn einer krank ist mit der Hoffnung auf Heilung? Wenn einer krank ist mit der Hoffnung auf Heilung. Weil derjenige, der krank ist und der hat aber Geld, was muss der machen? Der ist krank, aber der hat Geld. Dann muss er jemandem das Geld geben, der für ihn Hatsch macht. Und das muss jemand sein, der schon Hatsch gemacht hat und der diese Bedingungen erfüllt. Der soll Hatsch gemacht haben. Ja. Nochmal neu. Dann hast du kein Geld. Dann hast du kein Geld. Aber er gibt mir das Geld. Er gibt dir das Geld, das du jedem... Aber ich mache Hatsch. Achso, er sagt von vornherein zu dir, aber ist die Hatsch sowieso keine Pflicht für dich? Wir reden jetzt von dem, für den es Pflicht ist. Dass er für ihn, für denjenigen, der Geld hat, aber er ist krank, für ihn ist es Pflicht, der Typ hat ja kein Geld. Also es ist für ihn noch nicht Pflicht, dass er für ihn reist. Er hat ja kein Geld. Er meint, wenn er angeordnet hat, der hat es zu machen. Aber er selber hat Schulden. Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Bruder, ihr seht, wenn so viele Fragen kommen, da kommen wir noch. Ansonsten erinnerst du mich noch. Auf jeden Fall, bleiben wir hier bei diesem Punkt. Derjenige, der ist krank, der kann nicht reisen. Aber, der hat Geld. Dann ist er Pflicht, er muss jemanden finden, natürlich, wenn er keinen findet, lai yukallifullahu nefsin, in la wussahala, er bürtet keiner Seele auf, was ich dran mache. Dem er das Geld gibt, der für ihn Hatsch macht, und der muss schon die Hatsch gemacht haben. Denn einmal, war jemand, Frau oder Mann, die hat gesagt, lebeik an Shubramah. Lebeik, also Hatsch, sozusagen, also dir zu diensten Allah, für Shubramah. Dann sagt er, wer ist Shubramah, dann sagt er, ja, ich mache für ihn Hatsch. Hast du schon selber Hatsch gemacht? Nein. Dann mach erst Hatsch für dich, und danach für Shubramah. Das heißt, du musst selber, muss derjenige, die Hatsch gemacht haben. Okay. Jetzt dazu. Dann, jemand ist krank, und hat Hoffnung auf Heilung, und er hat Geld. Was mit dem? Hier sagen die Gelehrten, er soll warten, bis er gesund wird. Also er kann nicht einfach das Geld jemandem geben, der für ihn Hatsch macht, weil er, zum Beispiel, der ist heute krank, der ist heute im Krankenhaus, der hat irgendwie das Bein gebrochen, oder was auch immer. Dann sagt er nicht, oh ja, jetzt gebe ich dir das Geld, du machst für mich Hatsch. Sondern er wartet, bis er es selber macht. Dritte Sache, also kranker Bereich, haben wir schon gesagt. So, und jetzt jemand ist krank und mittellos, der ist weder gesund, der ist, der hat kein Geld, und der ist krank. Was mit dem? Muss der Hatsch machen? Ne, der kann ja auch keinem das Geld geben, der kann ja auch nichts machen. Dann haben wir, so, dann was ist, wenn jemand jetzt, der hat also keine Hoffnung, gesund zu werden, eigentlich, der hat eine Krankheit, sagen wir mal, der ist zum Beispiel querschitzgelähmt, und bis hierhin gelähmt, ja, zum Beispiel. Der ist also krank, aber der hat Geld, der hat irgendwas geerbt. So, und jetzt gibt er jemanden, lässt er jemanden für ihn Hatsch machen. Und jetzt wird er auf einmal gesund, wie durch ein Wunder. Muss er dann nochmal neu die Hatsch, seine Pflicht erfüllen? Hier sagen die Gelehrten, nein. Weil, er hat das schon gemacht, mit dieser Absicht, dass er davon ausgeht, dass er nicht mehr gesund wird. Aber wir sagen über den, der die Hoffnung hat, gesund zu werden, der davon ausgeht, dass er gesund wird, er kann nicht jemanden mit Geld schicken, der für ihn Hatsch macht, und das ist für ihn gültig. Okay? Das ist alles Hambali, mit der Piazza, ja. So, jetzt gibt es Schurudu Ijizay, das haben wir eben gesagt, dass es gültig ist, also dass es sozusagen gilt, dass deine Pflicht erfüllt ist. Und dann gibt es Schurudu Ijizay. So.